ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von vogelfrei zeigt ihnen heute ich möchte heute präsentieren ja schallplatten bürsten die gibt es ja zuhauf ich habe hier eine kleine auswahl und zwar einmal die recht aufwendige und auch nicht ganz billige von mobile fidelity arbeitet mit einem sandkissen dann die das ist übrigens serie eine kleine podenco hündin neugierig ja dann haben wir hier die serie dann haben wir hier die kohlefaser bürste mit zwei rein und eine ziegenhaarbürste aus großbritannien die sehr sehr aufwendig und exklusiv verarbeitet ist und als neuesten zugang die kohlefaser schallplatten bürste von ursa major aus berlin die packen wir gleich zusammen aus und schauen wir uns mal genauer an dankeschön und du guckst mit ne okay also hier habe ich die vier bürsten die ich zur verfügung habe hier noch mal präsentiert zum einen was wohl sehr sehr weit verbreitet ist die kohlefaser bürste mit den zwei rein gibt es wirklich wie sand am meer für schmalen taler ich denke mal so ab fünf euro kann man oder sieben kann man sich die zu legen hier arbeiten wie gesagt zwei rein kohlefaser parallel zueinander was ich nur wieder immer wieder festgestellt habe ist der nachteil dass zwar die staubpartikel auf der schallplatte sehr sehr schön zusammengeschoben werden aber wenn ich sie dann aufnehmen möchte ich mit dieser bürste doch größte schwierigkeiten habe genauso dreht es sich hier um eine bürste aus reinem ziegenhaar die ist sehr sehr aufwendig in großbritannien gefertigt von einem bürstenmacher auch hier natürlich sehr sehr schön und sehr behutsam das sammeln der staubpartikel allerdings das entfernen geht natürlich wiederum nur wenn ich es zur seite weg ziehe was ich nicht allzu gerne mache weil die staubpartikel dann doch immer wieder aufgewirbelt werden sich auf der schallplatte wiederfinden hier eine samtkissenbürste von mobile fidelity hinlänglich bekannt durch die unendlich vielen und unendlich guten schallplatten und cd bzw sr cd veröffentlichungen die haben sich hier auch gedanken gemacht dieses samtkissen hat den vorteil dass ich damit nicht nur den staub sehr gut einsammeln kann sondern durch eine aufwärtsbewegung er dann auch hier haftet gut das sind die drei mitbewerber jetzt schauen wir uns an was wir hier aus berlin geschickt bekommen haben ich habe es natürlich schon mal aufgemacht und reingeschaut und auch ausprobiert urs major steht drauf ursa major entschuldigung ja der lateinische begriff für das sternbild des großen bären so mit den bären bekommen wir dann eben auch als symbol für die stadt berlin die brücke geschlagen ja es ist nicht mehr was bei ihnen ankommt wirklich nur dieses kleine schäckchen in meinem fall war hier oben die adresse drauf geklebt und die briefmarke finde ich aus verpackungstechnischen umwelt gründen schon mal sehr sehr löblich dass hier auf viel kunststoff verzichtet wurde hier eine seite wurde meine rechnung eingefaltet und eingelegt die ursa major bürste kostet 48 euro 50 inklusive versand dann holen wir das gute stück mal raus hier unten finden wir eine bedienungsanleitung das schächtelchen packe ich mal weg ursprünglich wenn ich das jetzt mir noch gleich auspacke waren hier natürlich keine gummiringe zu sehen die habe ich nachträglich drum gemacht sondern es war eingeschweißt so ja auf der verpackung steht im grunde genommen schon drauf was drin ist hier unten eine kurze beschreibung sieben mal so viele kohlefasern wie normale bürsten und ja zudem kommt natürlich noch ein gehöriger antistatischer effekt der bei der reinigung gerne mitgenommen wird die schallplatten bürste aus berlin daher der bär so dann können wir sie mal zusammen öffnen so ist sie dann hier untergebracht noch mal in einer roten hülle eingelegt ok so die bürste an sich hat hier oben eine sehr sehr schöne echtholzeinlage in meinem fall hier aus nussbaum gibt es auch in birke auf der seite sind hier noch mal ist noch mal der markenname eingeprägt ursa major und so sieht sie dann von unten aus kann aber versuchen sie hier ein bisschen näher heranzubringen so ja es sind sieben doppelreihen kohlefaser und der große die große besonderheit hier an ist dass sie nicht einfach flach aufgelegt sind sondern hier einen leichten bogen beschreiben das hat den großen vorteil dass diese bürste beim reinigungsvorgang nicht zur seite weggezogen werden muss sondern ich lege sie schräg an lasse die platte rotieren und ziehe sie dann so nach oben ab dadurch habe ich mit der vorderen reihe zunächst einmal den staub gesammelt und mit den hinteren rein durch das drehen und anheben habe ich den staub tatsächlich hier in der bürste gesammelt sollte so benutzt werden dass ich das immer von der seite einschiebe damit ich nicht versehentlich die borsten umknicke wenn ich sie so von oben einlegen außerdem kann man dieses teil hier sehr sehr schön als reinigungshilfe benutzen denn so schön und verlockend die oberfläche aussieht bitte niemals mit den fingern berühren der fettgehalt der haut bleibt natürlich daran haften und das kann für die reinigung nicht gut sein das heißt auch nicht an an der hose oder an irgendwelchen kleidungsstücken abwischen alles verkehrt nehmen sie einfach diese hülle setzen sie sie so auf und ziehen sie sie einmal runter dann bleibt der staub hier drin hängen und ich kann es einfach wegpusten so das ist die schöne oder sommer bürste die betriebsanleitung gibt natürlich im grunde genommen das wieder was ich ihnen jetzt eben erzählt habe keine große hexerei wie das gemacht werden soll es ist wie gesagt nur dringend darauf zu achten die bürste niemals zu berühren die bürste nicht an der kleidung sauber zu machen sondern hier abzuwischen die bürste nicht stumpf von oben einfach einsetzen sondern seitlich einschieben so ist sie immer sicher in der nähe des plattenspielers aufzubewahren und beim eigentlichen reinigungsvorgang diese bürste nicht zur seite einfach wegziehen sondern mit dem vorderen bürstensatz den staub sammeln und durch eine aufwärtsbewegung wegnehmen ja viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen usa major die bürste ist auf jeden fall mein neuer favorit und steht immer griffbereit neben meinem plattenspieler ja das war's schon wieder für heute kurz und knackig warum nicht abschließend mein favorit wird diese usa major bürste sein ein sehr sehr feines teil sehr gut verarbeitet und auch mit einem sehr sehr vernünftigen preis leistungsverhältnis man bekommt einfach etwas fürs geld ok wenn es gefallen hat machen sie mir doch mit dem daumen nach oben oder schreiben sie einen beitrag per mail oder direkt unter das video besten dank bis zum nächsten mal tschüss